Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal mit etwas ganz Besonderem bei euch. Und zwar habe ich hier spirituelle Kleider, die dürft ihr erwerben, wenn sie euch gefallen. Ich habe schon mal eins angezogen. Das ist jetzt für mich ein Oberteil, was ich vielleicht für Silvester oder Weihnachten anziehen würde. Man kann hier auch eine dunkle Leggin einfach darunter tragen und schon ist man perfekt angezogen, finde ich. Es ist aus Sand und hier im Rücken, das sieht man jetzt nicht, das zeige ich nachher nochmal im Groß. Es gibt ja auch noch eins im Weiß. Hier im Rücken, vielleicht können wir es erkennen, da ist Ana Anara eingestickt und in dem hier auch. Und Ana Anara ist ja ein Kristall, was uns schützt gegen negative Einstrahlung. Ana Anara ist eine Kristall, was alles, was in deinem Umkreis, so ungefähr Meter Entfernung, transformiert. Du bist praktisch geschützt. Du hast also erstens ein wunderbares, schönes Outfit, Pannesand für die Festtage. Und gleichzeitig mit Ana Anara bist du geschützt. Das Teil kostet 49 Euro, entweder in Grau oder in Weiß. Ich habe beide Teile nur ein einziges Mal. Du kannst sie praktisch auch nicht größer umtauschen oder kleiner umtauschen, weil es gibt nur eine Einheitsgröße. Und das ist jetzt die hier. Im Shop stelle ich das auch ein, da kannst du es dann nochmal nachlesen. Ich schreibe die Oberweite dazu und dann kann man sich überlegen, ob es passt. Also ich selbst, ich habe jetzt meistens Größe 40 und ja, so sieht es da bei mir aus. Dann habe ich ein Lieblingsteil, ein Lieblingsteil von mir. Schaut mal, das ist aus Imitat, Leder Imitat. Und hier hat es auch, kann man das erkennen, diese Stickerei, hier hat es auch die Stickerei von Ana Anara drauf. Ich ziehe es mal kurz drüber. Es ist so ein herrliches Teil. Das kann man praktisch einfach so mal drüber ziehen und lässt man ganz locker hervorfallen. Ich finde, es ist etwas ganz Besonderes und gerade auch mit der Stickerei. Ja, es ist also ein, es ist kein Leder, das sieht nur so aus, es ist ein Imitat. Und, aber unheimlich modisch und ja, also ich bin sehr verliebt in dieses Teil. Und hier die Stickerei. Okay, ich kann es gerade noch mal zeigen, in der Großaufnahme. Jawohl. So. Das ist übrigens Teil Nummer 2. Wenn ihr das dann in meinem Online-Shop sucht, Teil Nummer 2 wäre dieses hier. Und das, was ich anhabe, ist Teil Nummer 1. Dann kommen wir zu Teil Nummer 3. Das ist jetzt eine Weste, die ist etwas kürzer. Ach so, Teil Nummer 2, habe ich den Preis überhaupt gesagt, kostet 89 Euro. Und Teil Nummer 1 kostet 49 Euro. So, und jetzt habe ich Teil Nummer 3, 79 Euro. Du siehst, das ist eine kürzere Weste. Ich finde, die macht auch eine sehr gute Figur. Ja. Und, also, die kannst du auch bei mir im Shop erwerben. Diese tolle Weste, die zieht man sich einfach so mal drauf, oben drüber. Und ja, schon hat man, schon hat man ein tolles Outfit. Dann habe ich hier einen ganz tollen Mantel. Schaut mal. Der ist jetzt auch was für Größere. Ihr seht, der ist sehr groß geschnitten. Und auch diese wunderhübsche Farbe. Und hinten wieder Anna-Anara Stickerei. Ihr wisst, Schutz gegen negative Energien hast du mit diesem wunderbaren Mantel. Er kostet 89 Euro. Ist Modell Nummer 6. Ein Lieblingsstück von mir. Nämlich einen ganz sexy Pullover. Und zwar hat er hier oben solche Einschnitte. Da sieht man also die Schulter durch. Ja, rechts und links hat er, sieht man die Schulter durch. Den gibt es auch noch in Beige. Das hier ist dunkelblau. Ein dunkelblau. Und ist Modell Nummer 7. Kostet 69 Euro. Hat hinten auch wieder die wertvolle Anna-Anara Stickerei drauf. Also, und er ist sehr lang. Ja, er ist ganz lang. Man kann ihn auch, da geht mir fast bis zum Knie. Man kann ihn natürlich auf einer Legging tragen oder auf einer Jeans sowieso. Das könnt ihr dann überlegen, wie er macht. Wie er das macht. Modell Nummer 7. Gibt es in zwei Farben. Hier habe ich noch die andere Farbe. In diesem Creme Beige oder in dem Marine Blau. Zwei Lieblingsstücke von mir. Gibt es, wie gesagt, nur die zwei Teile oder beziehungsweise alle Teile, die ich euch heute vorstelle, gibt es nur ein einziges Mal. Wird es auch nicht nochmal geben. Wer ein Teil erwirbt, der hat es und dem gehört es dann. Also, es ist ein Einzelstück, was ganz Besonderes. Und mit dieser Stickerei hinten drauf, findest du sonst nirgendwo draußen. So, jetzt habe ich auch einen Lieblingsteil von mir angezogen. Und zwar gibt es das nochmal, wo ist es denn jetzt? In Grau. Es gibt es in Grau. Es ist unheimlich schön mollig und es hat hier am Rande diesen silbernen Faden versäubert. Und natürlich hat es wieder hier hinten das Ana Anara drauf zu unserem Schutz. Es ist Modell 23. Kostet 59 Euro. Ist total weich und kuschelig. Es ist also, ich trage das so gerne. Ich habe es mir in Blau genommen. Es gibt es jetzt noch einmal in diesem Grau. Wer das haben möchte. Modell 23, 59 Euro. Ich weiß gar nicht, was es für eine Materialzusammensetzung ist. Es greift sich auf jeden Fall so toll an. Wolle und Warmwolle. Also, ein sehr, sehr schönes Teil. Hängt hier. Es steht zur Verfügung. Und dann, wenn wir gerade bei den Pullis sind, kommt dieses wunderschöne Teil. Also so ein ganz Pastellfarben, frisches, wunderbares Dessert mit Ana Anara hinten drauf. Stickerei als Schutz. Modell Nummer 8, 69 Euro. Hat hier auch noch ganz entzückende, an der Seite so Schleifchen. Also, für ein Weihnachtsgeschenk ein ganz toller Pulli. Modell Nummer 8. Dann habe ich hier eine Weste. Ich ziehe die jetzt gerade mal drüber. Eine Weste, die man schnell mal anziehen kann, wenn es ein bisschen kühl ist. Und auch, wenn man fortgeht. Ja, sie ist schön kuschelig warm. Hat auch Ana Anara hinten auf dem Rücken. Und schmückt und wärmt und schützt, sozusagen. Das wäre Modell 35, Nummer 35 für 59 Euro. Material, Baumwolle und Acryl. Also ein Mischgewebe. Das ist klar, immer wenn die Teile hier so ein bisschen wie diese so andere Fäden mit drin haben zum Schmuck, dann ist das meistens ein synthetisches Garn, weil man das mit dem normalen Garn nicht zustande bringt. Hier kommt auch ein ganz bezaubernder Mandel. Ihr seht wieder, hier haben wir eine andere Stickerei. Hier haben wir Solavana drauf. Solavana ist ja der Name unserer neuen Erde und der ist jetzt hier aufgesteckt. Das ist also ein, so zum Überhängen mal schnell, wenn es noch nicht ganz so kalt ist, ein ganz leichtes, wunderschönes Teil. Teil Nummer 9 für 49 Euro. Und jetzt kommen wir nochmal zu meinen Lieblingsteilen, zu diesen schönen Westen. Zu diesen tollen Westen. Das ist hier Modell Nummer 4 für 79 Euro. Mit einer Anara Stickerei hinten drauf. Schützt, ihr wisst es ja schon, schützt gegen negative Einstrahlung und ist einfach, einfach sehr schön. So ein schmückendes, super Teil. Schnell drüber gezogen, wärmt und ist topmodisch, meine Lieben. Das habe ich nochmal in Beige. Ja, das gibt es also in diesem Blau-Grau und in Beige. Kann man das auch bestellen. Hier dieses Teil. Diese wunderschöne Weste. Modell Nummer 5 für 79 Euro. So, huch, bleibst du da. Dann habe ich ein Schnäppchen. Auch eine festliche Bluse, könnte man sagen. Ja, die hat hier so Fledermausarme. Ist auch sehr, sehr groß geschnitten. Also passen wirklich Menschen rein, die eine größere Größe haben. Ist Modell Nummer 10 für 29 Euro. Diese Kette gibt es da dazu. Und hat hier hinten auch eine besondere Stickerei. Könnt ihr es erkennen. Gibt spirituell Mut und Kraft. Und Abgrenzung. Hier haben wir nochmal so ein kleines Westchen, was du einfach so drüber ziehen kannst. Ja, das ist mit Solavana bestickt. Modell Nummer 11 für 39 Euro. Eine Weste. Dann haben wir was ganz Entzückendes. Einen schwarzen Pulli. Mit hier unten. Ihr seht das mit so einem Stickerei-Säumchen. Das ziert sehr, sehr, sehr schön, wenn man das anhat. Und er ist auch ziemlich groß geschnitten. Guckt. Also der ist weit geschnitten. Gibt es ja. Also das ist eine Einheitsgröße. Und hier hinten hat er auch noch. Schaut mal. Da hat er noch hinten so einen kleinen Schlitz. Und hier oben. Sie sieht man es. Vielleicht ist wieder Anna Anara Stickerei drauf. So es vielleicht sieht es. Okay, also Modell Nummer 12 für 69 Euro. Ganz weiches Material. Ganz weich und angenehm. Ich will mal schauen, was da hier steht. Polyamid Viskose Mikrofibra. Also sehr, sehr weich und angenehm. Für 69 Euro. Nummer 12. Hier habe ich auch noch ein ganz bezauberndes Teil. Schaut mal. Das hat hier unten eine ganz tolle Stickerei. So, dass man das so erkennen kann. Also hier so eine ganz, ganz, ganz. Guckt mal hier. So eine Stickerei mit Perlen drauf. Das sind also Perlen, die da so glitzern. So kann man es vielleicht sehen. Und hinten wieder Anna Anara. Und hier eben diese tolle Perlen Stickerei im Vorderteil. Schaut mal, wie toll das aussieht. Also man hat ja hier, sieht man ja dann ein bisschen durch, weil die Stickerei ist ja eine Spitze praktisch mit Perlen drauf. So müsste man es eigentlich erkennen können. Ganz süß. Ich mag das Teil sehr. 69 Euro. Modell Nummer 13. Hat, was hat das? Viskose Polyamid. Nylon Modal. Also hat vier. Das liegt an der Stickerei hier. Da ist andere Synthetisches mit dabei. Also, wer das haben möchte, bestellt es. Hier habe ich einen, das gleiche, nee, nicht das gleiche, so etwas Ähnliches, mit auch einem tollen Spitzenrand unten dran. Ist, also ich liebe diese Teile mit Spitze unten, das macht das so ein bisschen besonders. Hinten haben wir hier oben Anna-Anara und hier unten hat es wieder diesen Schlitz. Ist auch ein ganz angenehmes Material, anschmiegsam und passt auch für größere Größen. Obwohl es eben eine Einheitsgröße ist. Also, ihr seht, mir wäre es viel zu groß. Hier so. Ja. Modell Nummer 14. Für 59 Euro. Dann habe ich hier auch so ein Lieblingsstück. Einfach wegen der Farbe. Die Farbe, finde ich, ist so schön. Ist so herrlich. Ist hinten ein bisschen länger geschnitten. Man sieht es hier. Und das ist das von der Stickerei Anna-Anara im Rückenteil. Wieder ein sogenannter Schutzpullover. Ich schaue gerade mal rein, was hier steht. Viskose, Polyester, Nylon. Also, der größte Bestandteil ist Viskose. Ist ja auch ein Naturprodukt, sozusagen. Und die Farbe sticht halt. Und es ist auch, er fällt auch größer aus. Es ist eine Einheitsgröße. Gibt es nur einmal. Nummer 15. 69 Euro. Dann habe ich das, was wir vorhin in schwarz hatten. Was war denn das? Ja, das war schwarz. Das gibt es jetzt noch mal in grau. Da sieht man vielleicht diese Stickerei mit den Perlen besser. Ich finde die ja so bezaubernd. Das ist also der gleiche Pulli, wie er in schwarz ist. Den gibt es hier auch noch mal in grau. Und hinten. Hinten sieht man auch die Stickerei ganz deutlich. Wer also diesen Pulli haben möchte, Nummer 16. 69 Euro. Und dieses Teil, das finde ich ja auch so ganz allerliebst. Schaut mal, das hat hier auf der Schulter hat es praktisch diese so Blumenstickerei mit Perlen auch wieder. ganz, ganz süß. Und hat dann auch diesen silbernen Faden hier am Ausschnitt. Und auch hier unten am Saum ist es also auch wirklich ein Einzelteil. Das gibt es sonst nirgendwo. Mit dieser Anna-Anaha-Stickerei, was wieder schützt gegen negative Strahlen. Kostet 49 Euro. Modell Nummer 17. Kannst du dann nachher im Shop aussuchen. Es ist ja so mittel, mittel groß geschnitten. Wäre mir ein bisschen zu groß. Dann könnt ihr ja ungefähr abschätzen, was ihr jetzt für eine Größe dann hättet. 49 Euro, Modell 17. Hier habe ich ein Poncho-Überhang. Das ist wie so ein Tuch. Ein Poncho, den hängt man sich über die Jacke drüber, wenn es mal ganz kalt draußen ist, kann man als Schal benutzen oder als Jacke. Und hat hier so Lavana hinten drauf. Also ist einfach so ein großes Poncho-Teil. Ist Modell Nummer 18. Kostet 69 Euro. Und hat hier unten auch noch Franzen. Also ich glaube, so sieht man es ja. Also Poncho für 69 Euro. Modell 18. Dann habe ich einen schönen Long-Strickmandel in Grau. Der geht, also wenn ich den jetzt mal hier so anwarte, ob ihr mich hier hinten noch seht. Der geht bis zum Knie bei mir. Und ich bin schon mal groß. Hat hinten Salavana. Genau, hat Salavana-Stickerei hinten drauf. Lässt sich einfach umhängen. Wärmt und macht schick. Ja, durch die Länge macht es sehr schick. Kostet 69 Euro. Modell 19. So. Dann habe ich einen sehr schönen Pulli. Schaut mal, einen ganz tollen Pulli mit einem bezaubernden Muster hier vorne drauf. und hinten wieder Anna Anara als Schutz. Ein ganz leichtes, wunderbares Teil. Nummer 20. Modell Nummer 20 für 59 Euro. ist aus, wenn ich es jetzt finde, ist aus Acryl und Wolle. Also eine schöne Mischung, wärmt und toll mit dieser Stickerei hier vorne drin. Modell Nummer 20. Dann habe ich auch ein sehr, sehr schönes Teil für etwas kräftiger gebaute Damen. Es ist blau, blau-violett mit Stickerei und hat hier unten auch noch so ein bisschen eingekräuselt. Schaut mal, so sieht es jetzt hier oben aus. hier und so sieht es unten aus und so sieht es hinten aus. Da habe ich das Anna Anara auch drauf gestickt und das ist doppelt, also es ist innen gefüttert. Ja, es ist innen nochmal gefüttert. Kostet 59 Euro, ist Modell 21. Man kann die Ärmel mit hier mit so einem kleinen Knopf kann man die hoch machen, wenn man will oder auch lang lassen. ein sehr sehr schönes Teil und wie gesagt ist für größere Figuren dass die auch mal was ganz tolles haben, fand ich. Es ist ein wunderbares Teil. Ich werde nochmal gucken, ob ich die Materialzusammensetzung irgendwie rauskriege. Schwierig. Also hier seht ihr schon, das ist das Doppelte innen drin. Kriege ich jetzt nicht, ich schreibe es dann. Ne, hier ist es. Ah, das sieht man nicht alles vom Waschen, das ist also vorgewaschen. Ist eine Viskose-Mischung. Ja, also Modell 21 59 Euro. Und hier habe ich eine Lieblingsjacke. Die ziehe ich jetzt gerade mal an. Das ist mal so eine Jacke, die man schnell mal so drüber zieht. Schaut mal. So. So einfach eine richtig schöne dicke Strickjacke kann man sagen. Sie ist total warm und die macht man dann hier einfach so. So hat man die an. Total schöne und hier sind auch noch Taschen drin. Also kann man dann auch so noch damit umgehen. Also wirklich ein tolles Teil, finde ich. Und es hat natürlich hier hinten auch wieder Anna drauf gestickt. Modell Nummer 22 für 69 Euro. Sollen wir schnell noch mal schauen, ob was hier drauf steht. 50 Prozent Acryl, 35 Prozent Bolle und der Rest Viskose und Huch Alpaka. Also nur zu empfehlen ein ganz besonderes Stück Modell 22 für 69 Euro. Und das ist auch eine Lieblingsjacke von mir. Die ziehe ich jetzt auch schnell mal drüber, damit ihr das seht. Das ist so herrlich. Guckt mal, so eine tolle weiche, warme Jacke. Also und mit so Lavana Stickerei. Das ist, finde ich, ein Traum. Ich mache immer gern die Ärmel ein bisschen hinter. Ihr seht, die sind lang genug. Ich habe es jetzt bloß hinter, weil für mich das bequemer ist. Also sie ist so, man sieht sie einfach drüber. Die muss auch nicht zugehen, die hängt dann einfach so runter. Ist eine ganz tolle, superschöne, weiche, bequeme Jacke. Ich zeige euch noch die Stickerei, die hinten drauf ist. Das ist nämlich Solavana. Hier sieht man es ganz gut. Ja, und es ist Acryl, Polyamid, Baumwolle, Wolle, Elastan. Also haben fast alles reingemacht. Ein ganz superschönes Teil. Ich bin gespannt, wer sich das kaufen wird. Und zwar Modell 24 für 69 Euro. Und dann habe ich auch so ein Lieblingsstück. Guckt mal. Es ist nicht traumhaft. Guckt mal hin. Hier so ein Überhang mit so einer tollen Stickerei. Also es ist einfach ich bin verliebt. Schaut mal, schaut mal, wie toll das aussieht. Hat eine kleine Kapuze hier hinten. Hat eine Anara und eben diese bezaubernde Stickerei. Ist so ein bisschen glockig geschnitten. Ist so Filz Material aus Wolle und Polyester. Also 80% Wolle ist sehr warm. Kann man einfach so drüber über die Kleidung anziehen. Man ist total super motisch angezogen und es ist was besonderes. Also ich finde es ist was besonderes. Modell 25 89 Euro und hier habe ich einen ganz tollen Long Strick Mandel. Ja ihr seht er ist ziemlich lang also er geht auch wieder bis zum Knie und ich bin sehr groß er hat eine Kapuze und wo ist die Stickerei hier hat Ana Anara drauf gestickt wieder zum Schutz gegen negative Energien in Blau gibt es auch nochmal in einer anderen Farbe in so einem ähnlichen das steht dann im Shop könnt ihr euch angucken Nummer 26 69 Euro ein ganz ganz bezaubernder toller Long Strick Mandel ich schaue schnell noch auf dem Material ist gemischt Acryl und Wolle und Mohair und das ist eigentlich ich weiß nicht genau ob ich den wirklich verkaufen soll weil es ist mein Lieblings Stück das einzige was hier ein bisschen schwierig ist ist dass die Ärmel sind ein bisschen eng hier oben also wenn jemand dickere Oberarme hat der sollte diesen Mandel nicht kaufen der würde da nicht passen mir passt er der ist so schön die Taschen sind nur imitiert also das sind keine richtigen Taschen er hat hier einen Knopf es ist Pelz imitat natürlich ihr seht selbst Modell 27 89 Euro es ist ein ganz schickes ausgefallenes Teil ich bin so verliebt in diesen Mantel ich kann es euch gar nicht sagen Modell 27 89 Euro und dann kommt eine kurze Jacke die finde ich auch ganz schick ist die ist super schick hier hat Taschen und ist aus Material Mix gemacht auch so filz ähnlicher Stoff und hat hinten drauf auch wieder Anna Anara von der Größe her wäre mir ist ein bisschen zu groß könnte ich also bestimmt bis Größe 42 denke ich passt das auf jeden Fall es ist auch mit Kapuze wieder einfach ein super schönes Teil ist gefüttert hier seht ihr ist also dadurch ein bisschen wärmer durch die Fütterung kostet 89 Euro Modell 28 so bin gespannt wer dieses schöne Teil erwirbt und dann habe ich einen aller aller liebsten Pulli schaut doch mal da sind Herzchen drauf da sind ganz süße Herzchen drauf in Grau und so kuschelig weich und hat auch eine Anara hinten drauf also wer diesen Pulli an hat dem kann eigentlich nichts weiter passieren mehr der ist total geschützt und hat auch also die Herzchen sind halt süß sind halt sehr süß fällt auch größer aus ist also aber wie gesagt ist ja eine Einheitsgröße es gibt ihn nur so wie er ist und man kann ihn auch nicht umtauschen weil einfach ich keinen anderen dann habe ja Modell 29 für 59 Euro ich will schnell noch mal reinschauen was hier steht viskose modal Nylon das ist Nylon sind diese Dinger die Herzchen ja also ein schicker Pulli auch da bin ich gespannt wer ihn letztendlich bekommen wird und hier haben wir auch noch mal einen superschönen Long Mandel mit einer interessanten Muster Stickerei schaut mal hinten im Rücken haben wir auch wieder Ana Anara zum Schutz hat eine Kapuze wenn es mal draußen nicht so toll ist kann man die schnell drüber ziehen ist so eine mittlere Größe so ich oder ein bisschen mehr also ich kann mal schauen Modell 30 69 Euro ich denke ihr wisst sicher dass wenn man draußen so einen Long Mandel kauft die kosten alle über 100 Euro also nur um zu sagen erstens hättet ihr hier von meinen Teilen wirklich mit Stickerei was ganz besonderes und auch noch günstig vom Preis her das muss man einfach mal sagen so Modell 30 und hier ist auch ein ganz ganz tolles Teil das ist jetzt ein bisschen breiter geschnitten ist ein ganz ein Long Pulli den man mit Leggin oder mit Jeans tragen kann je nachdem wie man es eben gerne hat ist aus Material Mix deswegen und hat auch noch süße Taschen hier vorne drin ich finde der ist richtig richtig schön hat hinten Anna Anara auf dem Rücken wieder als Schutz ist Modell Nummer 31 für 59 Euro wirklich sehr günstig und also damit ist man angezogen ja und auch etwas für bestimmte Größe ich weiß nicht 44 46 bestimmt ich messe aber nachher wenn es im Shop steht dann auch nochmal die Oberweite dabei also dieses Teil Nummer 31 Modell 31 für 59 Euro ja dann haben wir auch noch ein Teil für größere Größen was heißt größere Größen es ist ein blöder Ausdruck aber ihr seht ihr könnt ungefähr abschätzen ob es euch passt es ist Modell 32 für 59 Euro man sieht hier es ist mit Spitze und mit Pailletten es ist also auch sehr festlich und hat hier unten dann eben die Stickerei ja ist richtig süß finde ich ganz was besonderes also es ist wirklich eine spirituelle Kleidung weil es ist das findet man sonst nicht so in den Geschäften und hier haben wir wieder Anna Anara drauf Schutz gegen negative Einflüsse Modell 32 für 59 Euro schaut mal so sieht es dann aus vom Material soll ich da auch nochmal reinschauen ach das war das habe ich vorhin das gab es ja auch nochmal in einem anderen in einem dunklen da hatte ich das auch nicht gefunden und dann habe ich hier ein wunderbares teil mit schal auch für große große menschen schaut mal total ausgefallen mit mit dieser saum verarbeitung ja mit den zwei verschiedenen stoffen und auch der schal ist aus diesen beiden stoffen erziert dann nochmal und das innen gefüttert hat also den das futter sieht man praktisch dass man sehen ja das sieht man praktisch hier unten also ganz bezaubernd das ist dieses orange sag ich mal ist ja die farbe der freude und das hat hier auch noch so ein bisschen lorix ich weiß nicht ob man das sieht überhaupt er hat so ein bisschen lorix schimmer guckt mal ganz toll es glitzert also so ein bisschen silbern noch es ist modell 33 ein geschenk für 29 euro ich bin gespannt wer dieses teil hier erwirbt und sich da eine tolle freude macht modell 29 modell 33 modell 33 für 29 euro bitteschön und dann auch noch in diesem in diesem schönen ocker dunklen ocker einen long mandel seht her der ist auch wieder wie weit geht er denn runter der geht so bis über das also kurz über das knie bei mir bei jemand der kleiner ist geht er dann bis zum knie hat hinten so lavana so lavana stickerei ist ganz einfach gestrickt aber einfache teile sind ja auch würde ich mal sagen was besonderes schlicht und mit der farbe und mit solavana ein ganz besonderes teil modell 34 für 69 euro ja und schaut mal hier habe ich habe ich doch euch gerade den herzchenpulli gezeigt den gibt es nämlich auch noch in beige also den gibt es nicht nur in grau sondern auch in beige wer lieber einen beigen möchte der kann den in beige dann nehmen modell 29 59 euro und hier auch noch etwas dieser wunderbare pulli den hatte ich euch auch schon gezeigt mit diesem schönen muster den gibt es nämlich auch in rosé also man kann diesen pulli auch in rosé in der anderen farbe haben ebenfalls mit anna anara im rückenteil modell modell 20 für 59 euro dann habe ich auch zwei ganz bezaubernde super schöne jacken das einmal in beige guckt mal die greift sich auch ganz mollig an mit solavana hinten drauf die gibt es einmal in grau dunkelgrau beige und einmal in hellgrau beige da kann man sich dann überlegen welche man am allerliebsten hat ja welche farbe sieht ganz toll aus ist also so eine halblange jacke schaut mal modell 35 für 79 euro in zwei verschiedenen farben dann haben wir dieses in rosé das ist auch so süß so richtig süß mit spitze unten mit pailletten glitzer im vorderteil den ärmel kann man kürzen also umschlagen oder auch nicht das ist alle und das teil ist gefüttert noch mal hinten haben wir anna anara steckerei modell 36 für 59 euro ganz ein ganz wunderbares süßes teil schmeichelt mit dieser rosa farbe sehr ist eine mischung viskose polyester und hier haben wir eigentlich auch so ein lieblingsstück von mir man aber gut ich würde es euch geben aber ja also gut es steht zum verkauf es ist ein langmantel ihr seht er ist sehr lang hat hinten anna anara drauf gestickt als schutz und vom material haben wir wieder alles mögliche drin acryl wolle mohair also ist ein sehr edles stück nummer 37 für 69 euro ihr könnt es im shop bestellen und denkt dran man kann die teile nicht umtauschen es gibt keine anderen es gibt keine größeren oder kleineren die sind so wie sie sehen das ist eine einheitsgröße dann habe ich nochmal eine leichtere jacke so schnell so wie so eine strickjacke zum einfach zum drüber ziehen mit solarwarner hinten drauf als stickerei es hat hier auch noch eine tasche also ist so eine leichte jacke für zu hause nummer 38 69 euro ein wunderschönes teil was man eigentlich immer den ganzen tag anziehen kann es hängt auch einfach nur so drüber man macht es nicht zu also das macht man nicht heutzutage ja und jetzt kommt auch auch schon wieder so ein Lieblingsstück ein weißer Longmandel ein weißer Longstrickmantel ganz toll schaut wie lang der ist mit Kapuze und hier hinter der Kapuze unterhalb der Kapuze ist wieder ana anara drauf gestickt es ist etwas für mich also ich finde es etwas ganz bezauberndes sehr schönes teil wer das erwerben möchte nummer 39 für 69 euro ein wirklich sehr toller schöner Longmandel ich kann nochmal anziehen das sieht immer nochmal besser aus kann man sich das besser vorstellen hier so so ist das so sieht er aus so sieht er aus einfach so zum drüberhängen ihr seht er ist nicht sehr groß aber ich würde ihn jetzt auch nie zuknöpfen ja so ist dieser Longmandel und das ist die Kapuze dazu kann man aufsetzen oder auch nicht wenn man das möchte ja also das ist dieses schöne Schlitzer hat er auch dieser schöne Schutzmantel in weiß modell 39 für 69 euro ist wirklich günstig und hier das habe ich auch so sehr gerne das ist ein leichtes T-Shirt mit Perlenstickerei hier oben sind da Perlen drauf gemacht und ansonsten hat es auch diesen silbernen Rand den silbernen Saum ich hoffe man kann es sehen hat es auch hier oben am Hals diesen silbernen da sieht man es glaube ich besser ja Modell 40 für 49 euro ist Baumwolle Wolle ganz tolles Teil ist vorgewaschen man sieht es glaube ich ja könnt ihr erwerben Modell 40 und dann kommt aus dieser gleichen schönen Farbe auf die ich ja so stehe auch so ein ganz toller längerer Pulli ein sehr bequemer weicher Pullover schaut mal er hat hier vorne so so kleine Noppen ein gestrickt so sieht man es glaube ich ganz gut und hinten haben wir wieder Anna Anara drauf gestickt zum Schutz gegen negative Energien im Umkreis das transformiert dieser Pullover alles du hast wirklich ein tolles Teil wenn du das kaufst fällt auch ein bisschen größer aus schaut mal wie wunderbar diese Farbe auch ist Modell 41 für 69 euro und dann kommen Lieblingsteile nämlich habe ich diese Weste für dich schau mal das ist so eine gefütterte Weste die du einfach oben drüber anziehen kannst die gibt es in Gold und das ist absolut mein Lieblingsteil hier ich zieh das mal an so sieht es dann aus wer will kann sich natürlich den Pelz weg machen und hier sind auch noch Taschen drin da kann man die Hände rein machen so so sieht es von hinten aus und ihr seht schon hinten haben wir die Stückerei Anna Anara wieder drauf gemacht hier sieht man es die ist also da drauf und wer wie gesagt wer mag kann sich die Kapuze einfach runter machen ja das kann man variieren das geht hier so ganz einfach runter dann hat man die Weste ohne Kapuze was ich auch sehr apart finde also es gibt wie gesagt in diesen zwei ähm Farben die die weiße gibt es in zwei Größen und die gibt es hier nur in der einen Größe es ist Modell 42 für 59 Euro das ist die weiße und das die Goldfarbene sozusagen ja das ist die Kapuze ja jetzt bin ich gespannt was ihr euch aussucht ihr könnt mit dem Link der steht hier unten drunter unter dem Video kommt ihr in den Shop von mir und dort sind die Modelle durchnummeriert es ist auch nochmal ein Bild hier vom Video drin damit man sich ungefähr dran erinnert und ich werde auch die Oberweide dazu schreiben denkt dran es wird geht nicht um zu tauschen die Preise sind alle günstig deswegen geht es nicht und es sind Einzelteile vor allen Dingen es gibt sie nicht doppelt oder dreifach sondern nur so wie ihr es heute hier gesehen habt ja dann freue ich mich auf eure Bestellungen und sage einfach tschüss tschüss tschüss